Willkommen hier bei profischnapp.de in unserem Showroom in Empfingen. Jetzt zeige ich Ihnen, glaube ich, erstmalig das Betsofa Flexa. Hatten wir schon oft, aber ein Video habe ich noch nicht darüber gemacht. Und zwar in einer Messekombination Stoff hellblau mit Kissen braun. Zuerst dachte ich, wo ich es gesehen habe, oh je, wie sieht denn das aus? Aber ich muss sagen, ich habe meine Meinung revidiert. Sehr elegant, eine tolle Farbkombination und ein super weicher Stoff. Flexa macht schon als Sofa einen guten Eindruck. Und wie sind die Bettsofa-Eigenschaften? Das zeige ich Ihnen. Ganz ordentlich mache ich natürlich zuerst mal die Kissen weg. Und jetzt müssen Sie nur hier unten leicht ziehen. Schon haben Sie hier, na, ich nehme die Kissen nochmal zu, dann haben Sie hier diese Launching-Position. Das Betsofa hat eine Liegefläche von 160 auf 2 Meter. Und so habe ich die Möglichkeit, einen schönen Abend zu verbringen, zu zweit, zu dritt. Für Leute, die es einfach chillig mögen. Ja, und das ist alles? Nein, das ist nicht alles. Der Abend wird später, die Freunde wollen nicht nach Hause gehen, vielleicht hat man was getrunken. Dann sage ich, kein Problem. Flexa kann auch das. Einfach etwas ziehen. Wieder hoch. Hier ist noch ein kleiner Stauraum. Klappen und fertig ist das Bett. Mit 160 auf 2 Meter. Mit absoluter, toller Kaltschaummatratze. Ich liege hier auf Betthöhe. Ich liege hier wie in einem Bett. Ich habe hier absolute Qualität von den Beschlägen, von den Funktionen. Denn ein Bettsofa muss gut sein als Bett und als Sofa. Eine Doppelfunktion. Und deshalb sind die Materialien, die hier eingesetzt werden, umso wichtiger. Ich sehe gerade, die Matratze ist Bulltex. Ein Kaltschaum der Spitzenklasse. Und Sie sehen, es geht easy, das Zusammenbauen. Ganz easy. Die brauche ich einen Kissen wieder dazu. Die Armteilkissen hole ich noch. Die wollen ja ordentlich sein. Und fertig ist Flexa als Sofa. Sofa gut, Bett besser. Sofa Bett, Bett Sofa. Flexa von Bali. Aus Bad Liebespringen, Deutschland. Von meinem Geschäftsfreund Hans-Jochen Antpöhler. Für mich der beste Bettsofa-Produzent in Deutschland. Schnappen Sie zu. Ein Messestück für unter 1000 Euro. Bali Flexa. Schnapp, schnapp. Dankeschön. Ihr Lutz Reinhardt und Tschüss.